Die Bergrettung Arztstüh Damsweg hat heute zum Tag der offenen Tür eingeladen. Wir haben eine neue Arztstühre, eine neue Zeugstätte der Feuerwehr bei der Hüllenrettung und die Bergrettung untergebracht. Die haben wir vor zwei Jahren eingeweicht und jetzt haben wir es aber so richtig gebührend feiern. Und es hat einen weiteren guten Grund gegeben, dass wir das heute machen, mit unseren Nachbarn Arztstühren der Bergrettung, mit unseren Partnern, Sponsoren, Gönner, alle was für die Bergrettung über gehabt haben und in weiterer Folge immer noch haben. Mit den einfachen gemütlichen Nachmittag zu verbringen. Dann gibt es Führungen durchs Haus, eine Fahrführung vom Bergegerät und unsere Einsatzfahrzeuge, alles was wir da haben. Für die Kinder haben wir uns gedacht an einen Kletterturm, der wird regelmäßig recht stark besucht. Die haben da alle eine Garde und die größeren Kinder und die kleineren und die Erwachsenen und alle, die gefirmen worden sind und unbedingt in luftige Höhen wollen, die sind jetzt mit dem Hubschrauber unterwegs. Da fliegt der Morgenstern mit seiner Maschine ein paar Runden. Ja, ein Höhepunkt heute. Bei unserem Tag der offenen Tür war heute die Übergabe von diesem wunderschönen Bernhard von Menton. Das ist unser Schutzpatron der Bergrettung. Wir freuen uns wahnsinnig über dieses tolle Geschenk, über diese tolle Überraschung. Danke an unseren Kameraden Hönigke Willi, der diese Aktion geleitet hat und der diese Figur uns heute hier bei der Bergrettung übergeben hat. Musik Musik Musik